Die Schweiz steht für Demokratie und Menschenrechte, für Selbst- und Mitbestimmung, für das friedliche Nebeneinander von Staaten und Europa tut das auch. Ich glaube, die Schweiz als klassischer Land der Freiheit und der Demokratie kann viel beitragen als Beispiel, gewissermaßen als Modell, aber auch als ständige Mahnung an der Europäischen Union, an anderen europäischen Staaten, wie wichtig Freiheit, Demokratie, aber auch die Wille zur Selbstverteidigung sind. Ich glaube, wir Millennials wünschen uns ein politischeres und auch sozialeres Europa. Worauf freue ich mich am Symposium von morgen Donnerstag, dass wir jenen Menschen eine Bühne bieten können, die eben noch nicht auf jeder Bühne waren. Ich freue mich also auf ebenso bereichernde wie inspirierende Referate und am Nachmittag dann vor allem auf sehr partizipative Formate, wo wir gemeinsam neue Impulse und Ideen entwickeln, die wir dann im Januar dem Bundesrat präsentieren können. Let Europe Arise Jawab Jawab Wie ich products wie immer Beide Beide